Was wäre, wenn Pop Smoke heute immer noch am Leben wäre? Das ist so eine Frage, die ich mir persönlich schon sehr oft gestellt habe. Und da ich aktuell für ein Pop Smoke Video recherchiere, kam mir dieses Gedankenspiel immer öfters auf. Und ich habe mal gedacht, komm, ich rede da mal mit euch drüber. Als erstes müssen wir uns die Frage stellen, wo stand Pop Smoke karrieretechnisch zum Zeitpunkt von seinem Tod? Und ja, ihr müsst wissen, Pop Smoke hat zu diesem Zeitpunkt erst, ich glaube, 18 Monate oder so gerappt, also nicht mal zwei Jahre. Er war ein Newcomer, der aber schon sehr viel gerissen hat. Ich meine, er hatte ein Travis Scott Feature. Er hatte eine Zusammenarbeit mit 50 Cent. Also es war keine Zusammenarbeit, es war eher so ein Vater-Sohn-Verhältnis. 50 Cent war ein krasser Mentor für ihn. Und da fängt es auch schon an. Denn 50 Cent erzählte mal, dass er Pop Smoke in sein Büro eingeladen hatte und ihm was erzählt hatte, ihm Tipps über die ganze Industrie gegeben hat. Und Pop Smoke hat die ganze Zeit auf sein Handy geguckt. 50 Cent hat das voll abgefuckt. Er ist aufgestanden, um zu gucken, was er am Handy macht. Und Pop Smoke hat einfach alles mitgeschrieben, was 50 Cent ihm gesagt hat. Und genau deswegen glaube ich auch, dass Pop Smoke in der Industrie alles auseinandergenommen hätte. Also Pop Smokes Hype war nach seinem Tod selbstverständlich viel größer, als wäre er in seinen Lebzeiten. Das ist ja so ein Ding, was wir sehr oft bei Künstlern beobachten. Nicht nur bei Rappern, auch in anderen Genres ist es so. Das ist leider normal. Ah ja, aber ich glaube, Pop Smoke wäre auf lange Sicht auf jeden Fall größer geworden, als er es jetzt nach seinem Tod ist. Denn er war für sein Alter schon unglaublich weit. Er wusste, wie man sich vermarktet. Und er wusste auch, nicht nur auf einem Film hängen zu bleiben. Denn ich glaube, Pop Smoke hätte heute kaum noch Drill gemacht. Er hätte hier und da eventuell noch einen Track gemacht. Mal hier vielleicht ein Feature mit K-Flock oder mit Five Year For Rain. Das wäre es dann aber auch. Er wäre viel mehr auf Hitsingles gegangen. Und das haben wir ja auch schon gesehen bei Shoot For The Stars, I'm For The Moon. Hier waren sehr viele Songs drauf, die auch im Mainstream funktionieren. Ja, für dieses Album war ja auch 50 Cent verantwortlich. Er war der Exeutiv-Producer, hat keinen Cent daran verdient und hat halt dafür gesorgt, dass richtige Feature-Gäste draufkommen und dass alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und genau deswegen war auch Shoot For The Stars, I'm For The Moon so ein starkes Album. Natürlich hat das Album so krasse Nummern gemacht, weil Pop Smoke den Mega-Hype nach seinem Tod hatte. Ja, aber jetzt stellt euch mal vor, Pop Smoke hätte 2-3 Jahre mehr Zeit gehabt, um sich eine richtige Fanbase aufzubauen und ein Album selber auf die Beine zu stellen, während er noch lebt und so noch mehr Promo drumherum fahren zu können. Ich bin der Meinung, er wäre größer als so manch andere große Rapper heutzutage geworden, denn in ihm habe ich so ein Generationstalent gesehen. Wir haben alle paar Jahre so einen Rapper, der so das Ding ist. Er ist wirklich 10 Jahre am Stück hot, hat immer krasse Zahlen und verkauft Stadien aus. Sowas hat man nicht oft, aber ja, Pop Smoke wäre so einer geworden, da bin ich mir zu 100% sicher, auch weil er so viele verschiedene Genres bedienen könnte. Außerdem war er komplett krass vermarktbar. Sein ganzes Gesamtpaket hat gestimmt. Sein Aussehen, seine Klamotten, seine Stimme, seine Musik und auch sein Image, alles hat gepasst. Er war dieser Gangster aus New York, aber er war jetzt kein King Von, der mehrere Menschen umgebracht hatte und komplett hinterfragt werden musste. Unter anderem wurde er zum Beispiel von dem Goat-Designer höchstpersönlich, Virgil Abloh, nach Paris zur Fashion Week eingeladen. Ich bin mir sicher, dass Pop Smoke mit großen Marken zusammengearbeitet hätte, ähnlich wie Travis Scott oder Drake. Außerdem wäre er ein Schauspieler geworden. Vor seinem Tod hat er ja in einem Film mitgespielt, welcher, soweit ich weiß, von 50 Cent produziert wurde, aber das hat auf jeden Fall gezeigt, hey, er war ein Talent. Er war erst 18 Monate in der Industrie und hat schon so viel gerissen. Und jetzt stellt euch mal vor, er hätte mehr Zeit gehabt. Und genau deshalb bin ich mir eigentlich relativ sicher, Pop Smoke wäre einer der größten Künstler unserer Generation geworden. Sein Name hätte nicht so einen schnellen Hype wie nach seinem Tod, aber er wäre auf jeden Fall organisch gewachsen und sein Name wäre immer mehr in der Industrie vertreten. Ja Leute, lasst mich in den Kommentaren wissen, wie eure Meinung aussieht, was für Musik hätte Pop Smoke heute gemacht und wie groß wäre er heute. Ich danke euch fürs Zusehen Leute, der Support auf diesem Kanal ist echt krass. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und checkt den Hauptkanal ab. Wir sehen uns Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.